Das Grand Hotel Villa Egi X Hotel Hilton Villa Egi liegt in Palermo in Sizilien und Liparische. Das Grand Hotel Villa Egi X Hotel Hilton Villa Egi ist beliebt unter den Gästen 80% empfehlen. Das Hotel weiter. 11 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,6 von 6 Sonnen vergeben. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 11 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Hotel allgemein. Die Gäste fühlen sich wohl in diesem Hotel. Zustand und Sauberkeit des Hotel werden mit 4,9 Sonnen bewertet. Service. Das Hotel bietet eine gute Servicequalität und wird in diesem Punkt mit 4,9 von 6 Sonnen bewertet. Gastronomie. Viele Gäste sind der Meinung, dass dieses Hotel eine gute Küche hat und vergeben hierfür 4,9 von 6 Sonnen. Zimmer. Die Zimmer des Hotels werden gut bewertet und erhalten 4,6 von 6 Sonnen. In diese Bewertung fließen die Punkte Sauberkeit, Ausstattung und Größe des Zimmers ein. Lage und Umgebung. Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,6 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die guten Sport und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 4,1 von 6 Sonnen wert. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.